So, zum nächsten Video hier. Zum Beispiel da, 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 da. Zwei. So, gar kein Platz, kein Platz. Was wirf'n jetzt hier kurz hin? Was kann man da jetzt schnell reintun? Das. 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 Gut, da ist ein Platz hier, da. Mhm. So. 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 Das ist schon ein bisschen.. So. So. Ne. Ich liebe es. Ich hol da mal noch ein Geländer hin, dann passt das auch wieder nicht. Boah, ich... Hass ist. Und so ist passiert. Ich liebe es. Jetzt darf ich es kaputt machen, ja? Ich liebe es. So was habe ich eigentlich nicht gedacht, aber passt schon. Stimmt, Geländer wollte ich noch mal machen. Stimmt. 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 Oh. Das passt dann erstmal so. Tätig mal sein. Hier tun wir jetzt mal Gelände rein. Das brauchen wir immer wieder. Bauen wir hier. Schmeiß Sofa hin. Hier so. Na klar. Das wieder weg. Weg. So. Hier an der Wand. So weit ist es eigentlich nicht aber ja. Dann müssen wir hier noch. Jetzt habe ich immer noch keinen Platz. Oh. Oh. M, 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 M. Dann ist hier gut. Machen wir wieder Platz. Dann brauche ich eine Tür noch. An der Tür. Mal Holztür. Mal Holztür. Das muss man auch verstärken dann. Metall habe ich jetzt nicht dabei. Stecken wir es erstmal nur mit Holz. So. Meine Fackeln hier. Ich weiß nicht. Ich habe irgendwie einen Tick mit den Fackeln hier so. Am Eingang. Ich finde es einfach geil eigentlich. Alles voll klar. Okay. Egal. Geht halt nicht so. Okay. Ähm. Genau. Ja. Hier an der Ecke. Gehen wir da einmal hin. So. Dann sieht die Sache doch ganz schön aus. Kann ich mal sagen. Ähm. Okay. Eins. Sollte man hier noch machen. Finde ich jetzt auch besser. Finde ich jetzt auch besser. Ich kann das mal weg. Nicht ganz. Nicht ganz. Nicht ganz. Nicht ganz. Nicht ganz. Nicht ganz. wir ja nicht. Ich sage so. 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 Ich lande einfach hoch, runter, hoch, runter. Okay. Easy. Aber jetzt, weil der Scheiß dran ist, kriege ich das jetzt nicht hin. Okay. Dann müssen wir doch das hier weg. Das weg. 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 Wenn ich jetzt noch ganz Pech habe, dann ist es auch noch ein Schlager. Das haben wir vorher daran nicht gedacht haben. Okay. 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 Nice. ach du kacke doch ich habe es mir gedacht weg muss das ich das doch noch wegen der blöden Tür muss ich das jetzt auch wegschlageln und nochmal Tür bauen und nochmal Tür bauen ich habe es wusste dass das jetzt auch ein Weg ist jetzt sollte aber ja willst du mich jetzt wegen der Treppe unschränkt unschränkt ok mal schnell verstärken jetzt brauche ich doch nochmal das hier das hier da brauche ich doch Ecke brauche ich mal Ecke bitte dann brauche ich das wieder weg sch 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 ich sch 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 Hmm. 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 Und dann haben wir es ja geschafft. Wenn wir es wollten. Hmm. Ja. Okay. Hmm. Das kommt da wieder rein. Hmm. Ja. So. Dann gehen wir mal wieder runter hier. Und jetzt mal auf Karte gucken. Ja. So. Das ist sogar ein Schatz. Okay. Wenn ich die jetzt vergröße. Ffff. Ffff. Ja. 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 Da haben wir ja noch Sprengdinge. Jetzt muss ich nur aufpassen, dass ich das nicht weg spreng. Ungefähr so weiter. So. Äh. Genau. Das Messer brauche ich jetzt nicht. Ich brauche aber das. Weil. Schon noch gescheiter Bruch. Könnte ich nur machen. Das ist jetzt. Ich brauche das. Jetzt. 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 Holz, ja, Holz hin. So meine Fackeln, oder? So. So. Was ist das? So. 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 Das war's. 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 Das war's.